Er hat mich mit der Variante irgendwie nie beschäftigt. Das Leben ist so gut. Ich muss mich befasst machen auf die Außerirdischen, die kommen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du da, wenn du mit dem Zauberer-Hexen-Thema durch bist, auch noch ein bisschen recherchieren und dann können wir es morgen besprechen. Da ist die Recherche sehr einfach. Die Recherche wurde schon gemacht. Aber die Außerirdischen, die kommen nicht. Und wenn sie mal kommen, dann ist das sehr schlechte News für uns. Du bist ein belesener Mann. Das macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob dein Wissen auf Maße-Text beruht oder wahrscheinlich eher so auf Stephen Hawking oder so. Ja, Stephen Hawking hat ja davon geschrieben. Aber das ist auch sehr einfach. Wenn sie die Technologien haben, um zu uns zu kommen, haben sie auch Technologien, um uns kaputt zu machen. Also wir wollen gar nicht, wir wollen nichts von denen sehen, hören. Wir wollen gar nicht, dass die von uns was hören. Also du bist gegen Außerirdische? Ich bin absolut gegen Außerirdische. Ich bin absolut pro Außerirdische. Wenn ihr zuguckt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Lass uns Freunde sein. Bekauft bitte eine Premium-Mitglitz. Go Premium. Go Premium. Ja. Falls ihr schlechte Luft habt, auch Außerirdische können AirThings Wave nutzen und das damit überprüfen. Aber ihr seid sowas von willkommen.